Der erste Schultag Heute, Kinder, wir werden sprechen über den ersten Schultag. Hallo, ich heiße Anna. Heute ist mein erster Schultag. Ich bin sechs Jahre alt. Alles Liebe zum ersten Schultag. Und wer gratuliert Anna? Die Mutter, der Vater, die Oma, der Opa und der Bruder. Die ganze Familie gratulieren Anna. Jedes Kind bekommt eine Schultute am ersten Schultag. Und was ist die Schultute? Seit Anfang des 19. Jahrhunderts eine typisch deutsche Tradition. Jedes Schulkind bekommt am ersten Schultag eine Schultute. Die Eltern kaufen die Schultute oder machen sie selbst zu Hause. Und was finden wir in der Schultute? In der Schultute sind Süßigkeiten, eine Federmäppchen, ein Bleistift, Pompons, Schulsachen und der Teddybär, der Radiagummi und zum Schluss Schokolade. Und das Foto? Jedes Kind wird fotografiert. Die Schultute gibt es seit 1810. Viele gute Wünsche zum ersten Schulgang. Am ersten Schultag haben die Kinder viel Spaß. Das war ein schöner Tag. Tschüss!